Guten Tag! Einfach mal ein anderes Intro. Warum nicht einfach das Intro von jemand anderen verwenden? Warum nicht? Heute mache ich eine Kanalvorstellung. Wobei mir das ein bisschen schwer fällt dieses Wort überhaupt auszusprechen. Kanalvorstellung. Weil sowas mache ich eigentlich nicht. Das mache ich nur, weil das ist mein Cousin. Das ist mein Cousin und der ist sehr kreativ und verrückt. Und ja, muss ja verrückt sein, weil jetzt macht der YouTube auch noch Grundvoraussetzung. So, die hat er erfüllt. War eh klar. Irgendwann macht er YouTube. Logisch. Und heute werde ich euch seinen Kanal ein bisschen näher bringen. Ja, also er zeichnet. Jetzt habe ich, das wisst ihr ja, nicht viel am Hut mitzeichnen. Aber macht ja nichts. Vielleicht hat der eine oder andere von euch ein bisschen was am Hut mitzeichnen. Wo findet ihr denn? Natürlich hier auf YouTube. Und das ist sein Kanal. Da nennt er sich Dr. Rocke. Und in seiner Kanal Info sieht man dann, wo man noch findet. Eh überall, wo man alte Leute so findet. Originellerweise heißt er überall Dr. Rocke. Er schreibt sich nur überall anders. Das müssen wir noch bequatschen, gell? Schnucki. Da müssen wir noch ein ernstes Wort drüber reden. Immerhin mache ich ja eine Kanalvorstellung. Da kann ich mich kritisieren auch. So. Ja, wie auch immer. Wenn es euch gefällt, was er da so zeichnet. Er hat schon ein paar Videos. Und da zeigt er halt, was er so zeichnet, wenn er fad im Schädel ist. Ja, mei. Ich stricke, wenn er fad im Schädel ist und er zeichnet halt. So hat halt jeder seins. Gut. Ich hänge euch jetzt noch ein Video an von ihm. Das ist das aktuellste. Und damit hat er mich auch gefesselt. Muss ich sagen. Gefesselt. Also nicht jetzt. Also. Ja. Weil ich bin ja doch Gemma-Franze-Fan. Und das Bild hat er ganz gut hingekriegt. Und jetzt Video ab. Hi, guys. Mein Name ist Dr. Rocker. Und ich bin ein großer Fan von Game of Thrones. Ich wollte auch sagen, um, das wird eine ziemlich große Bildung sein. Um, ich werde noch mehr Videos an Game of Thrones machen. So, first, ich werde den Night King, wie Sie sehen, jetzt. Und später, ich werde noch ein paar Hintergräder machen, wo ich auch noch ein paar cool Sachen machen möchte. So, subscribe my channel, please. So, you won't miss any of the other Videos. unes reactivinken. Musik Also,. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020